Das ist die Lifehacks Show, Folge Nummer 25. Welcome to a Lifehacks Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist ein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Hey Leute, hier ist Lifehacks und hier ist euer Gastgeber Markus Meurer. Diesmal wieder live aus Berlin. Wir sind zurück, nachdem wir jetzt auf Mallorca und in Portugal unterwegs gewesen sind. Wir sind jetzt hier in Berlin in einer Airbnb-Wohnung und bereiten die nächste DNX-Konferenz vor. Mein heutiger Gast ist ein mega spannender Typ, der ein Teilnehmer bei uns im DNX-Camp gewesen ist, der Joe Gerbert. Und ich habe mir mal gedacht, wie macht der das? Wie kann man so viel Energie haben, so viel Power und so wenig schlafen? Und das war Grund genug, ihn mal vors Mikro zu holen und mit ihm über Polyphasen-Schlaf zu reden, über Energie-Snacking, was ist gut, günstig und auch praktisch für unterwegs, wenn man sich fit halten will. Er hat über Vital-Essenz-Konservieren gesprochen, was ich glaube für einige Leute von euch mega spannend sein kann. Wir haben über Genussgifte und andere Substanzen wie Alkohol, Koffein, Taurin, Kokain, Amphetamine, Ecstasy etc. pp. gesprochen, was man da vielleicht auch präventiv machen könnte, um sich mal auf so einen Exzess vorzubereiten, wenn es denn mal sein muss. Und er hat uns verraten, wie er es macht, seine Gedanken zu beherrschen und welche kleinen Tricks man aus dem Zen-Bereich noch anwenden kann. Also das Ganze klingt jetzt ziemlich esoterisch oder spirituell, ist es aber überhaupt nicht. Die Infos sind mega hands-on und auch für mich total augenöffnend, will ich fast sagen, gewesen. Und hat mich echt in vielen Bereichen auch zum Nachdenken gebracht. Von daher, ihr könnt euch auf die Folge freuen. Bevor ich euch jetzt in die Folge entlasse, möchte ich kurz auf unsere Charity-Aktion hinweisen, die Feli und ich mit dem heutigen Tag am 28.09. starten. Heute ist Feli's Geburtstag. Wir fahren von Europa nach Brasilien und möchten, wenn wir in Brasilien sind, das zum Anlass nehmen, Straßenkinder aus Bahia zu unterstützen. Checkt unsere Aktion aus unter www.lifehacks.de slash charity. Jeder Euro hilft, wir würden uns total freuen. Und jetzt viel Spaß mit der Folge mit Joe. Yo, hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Lifehacks. Und ich bin super happy, dass ich hier mit dem Joe, ein Teilnehmer von unserem DNX-Camp in Lissabon zusammensitze. Hi Joe, kudos am Start, bis. Ja, hi Markus. Joe ist ein absoluter Lifehacker. Deshalb passt er perfekt auf den Podcast hier drauf. Und wir sind gerade an Tag 9, glaube ich, von unserem 10-tägigen Camp. Und ich kenne keinen, der so viel Energie Tag für Tag an den Tag legt und nichts auslässt und immer guter Laune ist und trotzdem hellwach. Und die meisten Leute fragen sich auch, wie macht der Typ das? Und wann schläft er überhaupt mal? Und von daher, sag mal, was sind so deine besten Hacks, um so energiegeladen zu sein, wie du bist? Und vielleicht steigen wir gerade mal mit dem Thema Schlafen ein, wenn du Bock hast. Genau, Markus. Also, ich habe ja ein paar Themen mir zusammengeschrieben. Und das erste, worüber ich sprechen würde, wäre der Polyphasenschlaf eben. Viele von uns haben ja das Problem, gerade wenn sie unterwegs sind und traveln, dass sie halt nicht sehr viel schlafen. Dass sie eher mal Party machen und dann am nächsten Tag gleich schon Action. Und oft sind sie auch in einem Hostel, wo man vielleicht noch gar nicht so viel schlafen kann einfach, weil immer Leute kommen und früh raus und hier und da und Ausflüge. Und der Polyphasenschlaf ist sehr interessant. Also, es gibt manche Leute, die das richtig auf die Spitze treiben, mit der bekannten Übermensch-Challenge, dass sie nur noch zwei Stunden am Tag schlafen. Und wie das funktioniert, ist einfach so, dass viele von uns, die eben den Monophasenschlaf benutzen, dass die eigentlich in Wirklichkeit nicht so tief schlafen dabei, dass das Brain also immer noch wach ist und Dinge verarbeitet. Und jemand, der seinen Körper trainiert für den Polyphasenschlaf, es gibt übrigens auch Biphasenschlaf und andere Schlafarten, dass der einfach ausgeruhter ist, weil er direkt einpennt. Also, wenn er... Das heißt, wenn ich jetzt abends meistens so gegen elf oder zwölf ins Bett gehe und morgens dann um sechs oder sieben aufstehe, dann bin ich ein Mono-Schlafphasenschläfer, oder? Genau, genau. Das wäre der typische Monophasenschlaf. Okay. Und ich glaube, ich hatte auch mal eine App installiert, wo du dann genau sehen konntest, wo dann, glaube ich, die Tiefschlafphasen waren, wo man dann unruhiger war und wo man dann in diesen REM-Modus reingekommen ist und wo gerade nicht. Und ja, der Ansatz bei dir ist jetzt, glaube ich, in dem Prinzip, was du gerade machst, das in verschiedene Phasen zu splitten und nur diese wichtigste, diese Tiefschlafphase mitzunehmen, oder? Genau, genau. Also, was ich die meiste Zeit mache, ist eben, dass ich drei, vier Stunden schlafe und dass ich dann, wenn ich während des Tages arbeite und wenn ich merke, dass ich müde werde, dass ich mir einfach eine Schlafbrille überziehe und mir Stöpsel ins Ohr stecke und dass ich mich dann in so eine Art Kurzmeditation begebe. Darüber wollte ich auch noch kurz sprechen, weil viele von uns haben halt das Problem, dass sie nicht auf Wunsch einschlafen können, dass das Brain dann einfach weiter noch irgendwelche Gedanken spinnt und dass man dann quasi in seinem Bett liegt und nicht abschalten kann. Was ich einfach mache, ist, dass ich mich auf mein Bett liege, Augen zu, Schlafbrille, Stöpsel rein und dass ich dann verschiedene Übungen durchgehe. Also, ich beginne damit so eine Visualisierung, dass ich mir einen Ventilator in den Kopf visualisiere, der meine Gedanken so nach hinten rauspustet. Ja, so blöd sich das an. Aber als nächstes dann kommt eine Atmung von 10 nach 1, jedes Mal beim Ausatmen 1 nach unten zählen und immer versuchen, also zum Beispiel 1 bzw. 10 nach unten zählen und jedes Mal länger ausatmen und nicht doppelt so lange ausatmen, wie man einatmet und sich dann wirklich voll und ganz auf die Atmung konzentrieren. Und dann, was man noch zusätzlich machen kann, wenn trotzdem Gedanken hochkommen, ist das eine sehr, sehr, ich sage euch einfach die mächtigste Übung, es gibt verschiedene Übungen, die man machen kann, ist, dass man alle Gedanken sich wie so ein Universum vorstellt und jeder einzelne Gedanke ist quasi ein Stern in diesem Universum und in der Mitte ist eine Sonne. Und die Sterne poppen halt so auf, verschiedene Gedanken. Man hat vielleicht auch Themen, die man bewusst ansteuern kann, zum Beispiel Partnerschaft, Karriere, Konflikte, Ziele, Träume, Wünsche, Ängste, Dinge, für die man sich möglicherweise auch schämt oder so, also Dinge, die quasi negativ ankern, weil die sind sehr stark. Und dann, wenn man denkt, dass man sein Universum abgesteckt hat, dass das wirklich jetzt die 90% Sachen sind, die ja am meisten beschäftigen, dass man diese Sterne einfach in diese Sonne hinein visualisiert, die Sonne zieht quasi alles zusammen, öffnet sich am Ende und verschluckt alles und wird dann schwarz in seinem schwarzen Loch. Und dann ist das Universum dunkel. Und möglicherweise ist man dann schon echt müde, also sowieso, weil man hat ja nur drei Stunden geschlafen und vorher natürlich den Wecker gestellt, nur auf 20 Minuten. Also 20 Minuten ist das ideale Power-Napping-Zeit. Wenn man schon 30 oder 40 Minuten macht, dann tendiert man dazu, zu lange zu schlafen. Und dann hat man wieder das Problem, dass der Schlaf nicht so geil ist, wie er eigentlich sein könnte, nicht so energetisierend. Also das heißt, du fällst mittlerweile dann relativ schnell in den Schlaf, wenn du die Visualisierung und die Übungen machst und stellst dir den Wecker so, dass du mit Visualisierung am Anfang nach 20 Minuten wieder aufstehst. Korrekt, ja, genau. Und kann man das trainieren, würdest du sagen, dir fällt es mittlerweile leichter, dann direkt in den Schlaf zu fallen? Das heißt, der Körper rafft schon, okay, cool, jetzt endlich kann ich mal wieder 20 Minuten runterfahren, dass das dann schneller geht als am Anfang? Völlig korrekt. Also das, was quasi das Brain wach hält, das ist so ein Zygarnik-Effekt, also Unvollständigkeiten. Es kann sein, dass man am Tag irgendwie einen Konflikt hatte mit jemandem oder dass man irgendwie Angst hat, was vergessen zu haben. Und deshalb ist es geil, wenn man zum Beispiel die ganze Zeit To-Do-Listen auch macht. Und es ist geil, wenn man quasi seine Energiezentren im Körper, also Anführungszeichen Chakren reinigt, sodass negative Energie nicht so wirklich reinkommt. Zum Beispiel, dass man sich klar macht, okay, dieser Typ hat mich jetzt angeflaumt, aber in Wirklichkeit beschäftigt mich das, weil ich mich schuldig fühle, dass der vielleicht irgendwie Recht hat. Und jetzt jemand, der sich selbst gut verzeihen kann, der quasi schon spirituell so ein bisschen vorangeschritten ist, der verzeiht sich das dann einfach, verzeiht ihm und pennt dann einfach. Ja, echt mega krass. Ich habe, glaube ich, das erste Mal auf dem Blog von, oder auf dem Podcast von Tim Ferriss da gehört, als er den Matt Mullenberg zu Gast hatte, den Gründer von Automatic, die größte Firma, die hinter WordPress steht, und war damals schon mega fasziniert. Habe dann mal so im Kopf ein bisschen durchgespielt, ob das auch eine Option für mich sein könnte. Und habe es dann, ehrlich gesagt, relativ schnell wieder verworfen, weil ich glaube, das wird wahrscheinlich auch der Knackpunkt für die meisten Menschen sein. Es ist schon eine Umstellung im, Anführungsstrichen, normalen Leben oder Tagesablauf, oder? Wie machst du das? Ja, also ich glaube, es fällt halt alles zusammen. Wenn man zum Beispiel jetzt besonders viele Genussgifte konsumiert oder wenn man andere Dinge tut, die dem Körper nicht so helfen, jetzt zum Beispiel keinen Sport treibt oder sowas, ist es schwerer einzuschlafen. Es ist das Leichteste, wenn man den ganzen Tag an der frischen Luft war oder wenn man einfach das Energietief auch nutzt, zum Beispiel am Nachmittag. Das kann richtig geil sein, wenn man jetzt irgendwie um 15 oder 16 Uhr beim Lesen von irgendwelchen Blogartikeln oder beim Schreiben merkt, aha, ich werde langsam müde. Und dann ist es so schön einfach, also das können wir machen, weil wir halt Webworker sind, aber manche anderen können das vielleicht nicht so gut machen, ist, dass man sich einfach zurückzieht, alles dunkel macht, sich ein bisschen hinlegt und dann einfach 20 Minuten schläft. Und da muss man aber auch so viel Disziplin haben, dann aufzustehen, so notmöglich irgendwelche Sachen machen, die den Blutdruck wieder nach oben treiben und sich dann wieder diszipliniert an die Arbeit begeben. Und wie machst du das dann in der Nacht, wenn du dann zwischen 1 und 6 oder 1 und 7 bist du dann weiter produktiv oder arbeitest, bis dann wieder der nächste Schlaf-Cycle ansteht und nach wie vielen Stunden steht bei dir immer ein Cycle an? Also jetzt war es ja hier während dem Camp so, dass wir meistens erst so um 3 oder 4 überhaupt schlafen gegangen sind, aber ich arbeite dann einfach, solange ich Power habe und wenn ich echt keinen Bock mehr habe zu arbeiten und ich aber trotzdem noch nicht müde bin, dann lese ich was. Oder was ich dann auch mache, ist vielleicht ein bisschen Yoga, noch vielleicht irgendwelche Planking oder eben Bodyweight-Übungen, wenn ich noch Power habe und dann einfach Meditation und dann irgendwann penne ich schon ein und ansonsten wurde auch bewiesen, dass Meditation Schlaf ersetzen kann. Das heißt, wenn ich echt genervt bin, dass ich nicht einschlafe, dann versuche ich dieses Gefühl gar nicht so richtig aufkommen zu lassen, sondern versuche das wieder in der Meditation zu versenken, weil ich einfach weiß, dass wenn ich jetzt einfach meditiere, ruhig bin, die Muskeln entspanne, dass das quasi fast genauso gut ist wie der Schlaf. Und dann bin ich nicht so gestresst, weil das ist das Schlimmste, wenn man dann genervt ist und scheiße, 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 ich muss morgen so viel erledigen, warum schlafe ich nicht ein, warum schlafe ich nicht ein und dann die Mühle, die rät sich. Und die Mühle, Achtung, ist wie eine Wassermühle. Das heißt, wenn ihr ein bisschen Wasser draufgießt, dann fängt sie schon an zu drehen und das Momentum fängt an und dann diese ganzen Übungen, die man vorher gemacht hat, die verpuffen, die Wirkung verpufft. Also sobald ihr merkt, dass die Mühle sich anfängt zu drehen, visualisiert den Ventilator, der das ganze Wasser aus der Mühle rauspustet und die Mühle steht still. Und diese innere Stille ist auch wirklich sehr magisch. Also solltet ihr zu den wenigen gehören, die es schaffen, die innere Stille, also die Abwesenheit von sämtlichem inneren Dialog über einige Minuten zu halten, dann fallt ihr sowieso in so eine meditative Ekstase, die auch beschrieben wurde von Eckhart Tolle, The Power of Now oder von Carlos Castaneda, Das Wirken der Unendlichkeit oder diese ganzen anderen Gurus, Buddha, Lao Tse, diese innere Stille, die unglaublich energetisierend ist. Die schafft so richtig Alignment von der Krone des Kopfes bis zum Perineum. Wie heißt das auf Deutsch? Ich weiß nicht. Also so dieses unterste Chakra. Und ihr merkt es so richtig, wie es so in euch auffällt. Und das Lustige ist, man kann es richtig spüren im Körper. Also der Darm fängt dann so an zu gluckern und so und irgendwie seine eigene Atmung hat man so und man driftet dann weg und manch andere würden dann in einen luziden Traum fallen oder würden irgendwelche halluzinogenen Bilder bekommen. Eben die Abwesenheit von Reizen in dem Moment. Das Brain fängt dann an so fantastische Dinge zu spinnen. Das ist ganz, ganz faszinierend. Man sieht dann Tiere, total abgefahrene Tiere oder, also ich meine, das kann man auch ausprobieren, wenn man einfach Schlafentzug macht, einfach mal zwei Tage nicht pennen und dann sich in eine ruhige Zone zu begeben, ohne zu schlafen und ohne natürlich irgendwie Taurin oder Koffein oder sowas zu sich zu nehmen und dann einfach mal zu gucken, was das Brain mit einem macht und es ist echt abgefahren. Krass. Also mega krass, mega faszinierend finde ich. Was genau ist die Übermensch oder Überchallenge in dem Zusammenhang mit Polyphasenschlaf? Ja, also die Übermensch-Challenge ist so das Extremste, was man machen kann. Das ist, dass man nur noch zwei Stunden wirklich am Tag schläft und zwar in Blöcken von 20 Minuten alle vier Stunden und da braucht man eben mindestens zwei Monate, dass man da reinkommt und das ist für den Körper unglaublich anstrengend. Also wenn man das nicht durchzieht, nicht die Disziplin hat, dann schadet man sich damit. Man muss das wirklich einmal durchziehen und dann hat man aber echt Gold, weil man muss überlegen, wie viel Schlaf man spart. Also das sind 100 Tage pro Jahr fast schon, die man spart, die man produktiv sein kann. Und ich kenne einen, der das macht, einen Kumpel von mir und der ist immer in so einer Art High irgendwie. Also der ist die ersten zwei Monate total erledigt oder war der erledigt und ist dann aber echt so, ey der pennt und dann hat er wieder Power. Und man muss aber aufpassen auf sein Skelett, weil natürlich das Liegen verlängert auch die Wirbelsäule. Und wenn man diese Faxen macht und dann die ganze Zeit aktiv ist und Übungen macht und so weiter, dann schadet man möglicherweise seinem Muskel- und Skelettapparat, sofern man nicht Entspannungsübungen auch macht, Yoga, Meditation oder am besten Suspension-Yoga, also wo man sich dann irgendwo hinhängt und dann die Wirbelsäule einfach strecken lässt von der Schwerkraft. Krass, krass, krass kann ich dazu nur sagen. Und mega spannend. Wie viele Stunden Schlaf hast du dann im Schnitt pro Tag? Ich dürfte so während eben diesen Belastungsphasen wie hier im DNX Camp dürfte ich so bei vier, fünf Stunden maximal sein. Und dann, ja, jetzt am Wochenende haben wir ja quasi drei, vier Tage eigentlich fast durchgemacht. Also in diesen drei, vier Tagen war ich wohl so bei drei, dreieinhalb Stunden und dann jeweils zwei Nickerschnitt von 20 Minuten am Tag. Ja, Wahnsinn. Und ich kann jetzt den Zuhörern bestätigen, du sitzt ja neben mir, ich habe dich gesehen die ganzen Tage, du bist jetzt irgendwie nicht völlig fertig und groggy und hast mega Augenringe und siehst aus wie ein Zombie, sondern ganz im Gegenteil. Irgendwie, du bist immer der Erste, der unten vor der Tür steht und sagt, wann geht es weiter, wo geht es hin, ich bin fit und auch immer super prepared ist. Also wenn wir unterwegs sind und gestern surfen waren, nehme ich mir mal vor, ich hole mir ein paar Snacks oder irgendwas zu essen für danach, weil ich weiß, wie teuer das dann an der Beachbar ist und vergesse das dann immer. Aber du hast immer in deinen Taschen irgendwelche Nüsse oder Snacks oder Power, Energie, Booster, was auch immer. Das würde mich jetzt auch mal interessieren, was genau sollte man da beachten und wie schafft man es dann auch günstig irgendwie sein Energielevel hochzuhalten mit der Hilfe von Nahrungsmitteln. Genau, also das finde ich ganz wichtig. Das ist quasi der nächste Baustein schon für dieses Energiehaben andauernd. Also das eine Thema ist Schlaf. Das andere ist, dass man eben seinem Körper quasi eine ständige Zufuhr an kleineren Einheiten von Nahrung eben gönnt. Und das sollte man halt so kombinieren, dass der Körper es auch perfekt verwerten kann. Also ich habe in meinen Taschen meistens Erdnüttel, und dann nehme ich so rohe Erdnüsse, die ich hier vom Markt kaufe. Kostet ein Appel und ein Ei. Gehen auch gesalzene? Ja, also man kann auch gesalzen geröstet. Die sind meistens leider mit Sonnenblumenöl eben geröstet. Und dieses Öl ist eben nicht so gut verwertbar für den Körper. Da darf man vielleicht auf den Geschmack jetzt nicht so übertrieben achten. Es ist auch so, wenn man lange Zeit eben auf Salziges und Pikantes verzichtet, dass die Geschmacksknosten und dann einfach stärker aufwachen und dann zum Beispiel also die Erdnüsse, wenn ich richtig bewusst die esse, dann schmeckt es fast wie Pinienkerne. Also besonders diese rohen halt. Da ist sowas fein, nussiges irgendwie. Das macht mir echt Spaß. Und ja, andere Sachen, die man ja auch so dabei haben kann, abgesehen von eigentlich allen Nüssen, also auch Cashewkerne oder so, sind ganz genial. Da nehme ich aber zum Beispiel von dem rohen Abstand einfach weil die irgendwie zu, also die führen irgendwie zu Gas im Magen und so. Ja, genau. Hartgekochte Eier sind echt geil. Einfach drei hartgekochte Eier dabei haben, wenn man zum Surfen geht. Äpfel, es gab mal eine Zeit, da habe ich immer so so Riesen-Falafel dabei gehabt, die noch so mit Käse gefüllt waren. Ist auch geil. Tendenziell soll man eigentlich Kohlenhydrate und Proteine nicht mischen, kann der Körper schlecht verdauen. Von den Enzym-Säften her ist es besser, wenn man die drei großen Gruppen einzeln konsumiert und Fette, Proteine, Zucker, Kohlenhydrate trennt. Also Zucker ist natürlich ein Kohlenhydrat, es gibt Zucker und Stärke, aber wenn man das alles vermengt, dann hat der Körper umso mehr Arbeit. Auch wenn man besonders viel isst gleichzeitig, dann macht es eher müde. Das nimmt eher Energie und es ist besser, wenn man so eine ständige kleine Zufuhr hat, gebackener Kürbis ist genial auch und wenn ich unterwegs bin, esse ich auch gerne einfach Tomaten. Und das gilt jetzt aber nur, wenn du unterwegs bist und das heißt, du nimmst aber auch normale Mahlzeiten zu dir, weil du sitzt ja gerade neben mir, bist gut gebaut und sportlich durchtrainiert. Das geht nicht nur mit Nüssen und irgendwie ein paar rohen Eiern. Genau, also ich folge den taoistischen Ernährungsprinzipien, die vor allen Dingen eben den Konsum von Proteinen und Früchten predigen. Also ich esse jeden Tag einige Eier, jeden zweiten Tag eine Hühnerbrust, mische das hauptsächlich mit Avocado, Guacamole oder eben so Tomatensoßen, die ich selbst mache und ansonsten esse ich auch mal Haferflocken mit Früchten und aber Wasser. Also Milch würde ich grundsätzlich abraten. Da bin ich mit den Paleo-Leuten auf einer Wellenlinie. Warum? Die einfach sagen, naja, pasteurisierte Milch ist halt so sehr schwer für den Körper zu verdauen wegen dem Milchzucker da drin. Und jetzt, wenn sie nicht pasteurisiert ist, ist okay. Auch andere Produkte wie Schafsmilch oder Ziegenmilch sind okay. Pasteurisiert heißt haltbar machen. Genau, das ist einfach erhitzt und durch das Erhitzen denaturieren die Enzyme, die da drin sind und die dem Körper helfen würden, die Laktose zu verdauen. Und ich bin echt so weit, dass ich noch nicht mal irgendwie teure Hafermilch, Mandelmilch oder Kokosmilch nehme. Ich nehme einfach Wasser und wie gesagt, also wenn man dem Körper ein Stück weit diese ganzen künstlichen Geschmacksverstärker, Salze und Gewürze entzieht, dann die Geschmacksnosten wachen auf und das ist echt geil und jede Rosine schmeckt wie eine Praline und das ist echt geil. Und das geht auch bei Leuten, die jetzt jahrelang viel Salz gegessen haben oder vielleicht sogar noch Kaffee oder geraucht haben. Meinst du, sind diese Knospen irgendwann wieder zu reaktivieren, wenn du jetzt mal ein Jahr vielleicht ein bisschen bewusster und abstinenter von diesen ganzen Geschmacksverstärkern lebst? Also ich weiß es von meinem eigenen Dad, der hat lange Zeit im Ausland gearbeitet und der kann extrem scharfe Sachen essen und alles andere schmeckt ihm nicht so richtig. Wenn er Nutella isst, dann isst er die immer mit dem vollen Löffel, weil er sagt, er schmeckt es sonst nicht und ich meine auch irgendwo gelesen zu haben, dass diese Geschmackspapillen oder wie sie heißen, diese Knospen, dass das zu den wenigen Zellen gehört im Körper, die sich eigentlich nicht mehr regenerieren oder teilen, deshalb ältere Leute haben auch kaum mehr Geschmack. Ja, stimmt, das habe ich auch schon mal gehört, genau, aber die können nicht mehr so gut schmecken, genau. Stimmt, was ist der Kohlenhydrat-Komplott? Genau, das war das nächste, wobei ich sprechen wollte, noch kurz hier zu dem Thema, also möglicherweise die rauchen und die halt vielleicht das nicht zu sehr übertreiben, die nicht jetzt irgendwie direkt aus der Flasche die scharfe Soße trinken, die haben bestimmt eine gute Chance, wenn sie das ein paar Monate lassen, dass sie dann das wieder bekommen und es ist sehr interessant, jetzt bei Life-Coaches, die ich kenne, die halt so yogisch sind, die können das gar nicht mehr ab, also wenn du denen Pesto gibst oder so, was vielleicht irgendwie etwas salziger ist, dann die mögen das einfach nicht, die wollen das nicht. Na gut, und der Kohlenhydrat-Komplott ist einfach, dass das eben in den meisten westlichen Gesellschaften quasi dieser Weiß, dieses Weißmehl Zeug über alles, also egal, ob man jetzt irgendwie ein Gebäck zu sich nehmen möchte oder ob es hier um Döner geht, was in dieser Pita ist, Pizza, also alles ist eben dieses billig, kurzkettige Kohlenhydratzeug, was überhaupt nicht gut ist für dich, was es dir Energie raubt, es raubt die richtige Energie, weil es eben deinen Spiegel durcheinander bringt, ich weiß nicht, ob es ja ein Blutzuckerspiegel ist jetzt genau, aber dieses kurzkettige macht auf jeden Fall Heißhunger und dann isst du auch zu viel und dann isst du oftmals diese kurzkettigen Kohlenhydrate vermischt mit Proteinen oder mit irgendwelchen Palmenfetten am besten noch oder Zucker oder so und das ist halt echt scheiße, das ist vor allen Dingen langfristig, kann es zu Krankheiten führen, aber selbst kurzfristig ist es einfach sowas, was dir einfach Energie raubt, das ist das, ob du statt zu essen Energie produzieren, das Essen, was dir Energie wegnimmt. Also du meinst damit, dass der Körper dann eher damit beschäftigt ist, diese ganzen Giftstoffe zu bekämpfen und dadurch die Energie verloren geht, als dass dir das Essen, was du dann zu dir führst, vielleicht eine Pizza und denkst, ich brauche mal wieder ein bisschen Power, dass es total kontraproduktiv ist, ja genau, also der Körper stützt sich da drauf, das sind kurzkettige Sachen, da muss ja nicht viel dran arbeiten, die Energie wird oder diese, na gut, das wird schon Energie produziert, aber es kostet einfach zu viel, das zu verarbeiten und oftmals, wie gesagt, sind da auch noch Backtriebmittel drin oder eben, es ist einfach so eine Nahrungspampe, wo der Körper mit arbeiten muss und das einfach auch schlecht tut, also wenn man etwas bewusster ist, dann merkt man, was das für einen Impact hat. Ja, ich glaube, das hat jeder auch schon mal gemerkt, wenn er sich einfach überfressen hat, weil der Geschmack einfach so gut war, aber eigentlich man selber dieses Bedürfnis nach dem Hunger zu stillen, das war schon längst erfüllt, aber man frisst dann trotzdem noch die Pizza auf und nimmt sich vielleicht noch die Pizzabrötchen, ich glaube, das ist auch dieses Weißmehl pur, die Pizzabrötchen oder so und dann noch Fettkräuterbutter drauf und danach möchte man eigentlich nur noch sterben und hasst sich selber, wenn er dann so im Bett rumliegt. die Ernährungsindustrie ist wahnsinnig geschickt dabei, wie auch die Videospielindustrie, wie auch die Medien uns quasi daran zu ziehen, dem, was wir schwach sind. Und jetzt haben wir vor zwei Tagen auch chinesisch gegessen und es war wahnsinnig lecker wegen diesem Geschmacksversteigerzeug und letzten Endes sind wir eben, ja, wenn irgendwas geil schmeckt, dann, ich meine, in Afrika gibt es auch die Tiere, die diese vergorrenen Früchte essen, weil es einfach süß ist und weil sie danach so beduselt sind, ja, da muss man einfach auch wieder hier die Disziplin mitbringen, möglichst was dabei haben, was man essen kann, also ich, wenn ich da rumlaufe, da draußen, dann, ich gehe meistens in den Supermarkt und hole mir da irgendwie Äpfel oder ein paar Orangen, ich habe auch meistens ein Messer dabei, das heißt, ich kann mir so eine fette Melone holen und Melone gehört zu den geilsten, das wollte ich auch kurz sagen, zu den geilsten Nahrungsmitteln überhaupt, es wird auch rauf und runter in den taoistischen Schriften gepredigt, dass man sich eine Melone schnappt, die Kerne raus und dann, Wasser oder Honig? Ja, also ich mag die Honigmelonen, da fahre ich voll drauf ab, Mann, die sind einfach so geil und dann ist man echt pappsatt, wenn man mal so eine halbe Melone weggeputzt hat und es ist auch günstig. Okay, dann hast du aber schon ein krasseres Messer am Start, wie so ein Buschmesser oder so, wenn du eine ganze Melone aufstehst. Ja genau, ich habe so ein kleines Switchblade, das ist auch zur Sicherheit eben, ich meine, wir machen beide Kraftmangar mit so einem Clip und so relativ unobstrusiv, also, dass es keine Blockade irgendwie in der Tasche ist und ja, damit hacke ich eigentlich ziemlich gut durch. und neben den ganzen Nahrungsmitteln, die man jetzt isst, gibt es einen ultimativen Tipp für dich, was man als Drink vorbereiten könnte oder am Start haben sollte oder vielleicht zu Hause machen kann, wenn man wieder einen mega Energieschub braucht. Genau, das habe ich jetzt hier während dem Camp leider nicht so oft gemacht, einfach weil das schon so ein bisschen Organisation erfordert, ist einfach, dass man so sich einfach Ingwerwurzel holt und die ganze Ingwerwurzel in zwei Liter Wasser geschält und in Streifen geschnitten aufkocht zusammen mit drei oder vier Teebeuteln Grüntee und dass man das dann am Ende alles einmal kurz durchfiltert und sich dann in Glasflaschen abgefüllt in den Kühlschrank stellt und das Zeug ist scharf, das brennt richtig in der Kehle und aber es macht richtig also Wahnsinn, das ist echt geiles Zeug und mir schmeckt es gut und na gut, jetzt habe ich vorher gesagt, so scharf ist eigentlich nicht so gut, aber das ist irgendwie eine andere Art von Schärfe von diesem Ingwer, der einen so richtig wach brennt irgendwie, ich weiß auch nicht und in Taoistischen und TCM Medizin ist sowieso Ingwer auch etwas Reinigendes, also wenn ihr irgendwie mal die Nacht durchgefeiert habt und dann dieses Zeug trinkt dann entgiftet und entschlackt das vom Allerfeinsten und Grüntee sowieso. Wie kriegst du die Ingwerwurzel so klein gehackt wie viel sagst du nochmal, drei Stück oder was? So eine ganze Ingwerwurzel oder so ich weiß nicht 200 Gramm oder so das ist schon einiges das ist richtig viel und was man am besten macht mit dem Löffel dass man so lang scrapt und ich meine ich bin so gehetzt manchmal dass ich auch so kleinere Augen und so lasse ich da dran scrape das einfach nur so auf und dann hacke ich das einfach in so Zentimeterbreiten Streifen wenn ich manchmal unterwegs bin mit anderen Travelern die beschweren sich dann Joe du musst das kleiner hacken aber ich habe einfach keinen Bock und keine Zeit und ich koche es einfach richtig lang Ja cool Kommen wir zum nächsten Thema Vitalessenz konservieren Tantrismus und Retention was genau ist darunter zu verstehen ich weiß da kommt jetzt wieder irgendeine krasse Wissensbombe darum liebe ich das so dass wenn wir die letzten Tage zusammen gewesen sind lernt man immer noch total viel Neues wenn man mit dir abhängt von der gib mal ein bisschen Input zu dem Thema Also das erste Mal habe ich eben mit dem Thema zu tun gehabt als ich das Buch The Tower of Health, Sex and Longevity von DP Wright gelesen habe und Retention beschreibt den Akt dass wenn man quasi ja einen sexuellen Höhepunkt erlebt dass man die Körperflüssigkeiten die der Mann dann normalerweise verströmen würde dass man die durch Atmung und Muskelverschluss im Körper hält und das ist quasi so eine Art 30% Orgasmus ja es ist nicht so ganz durchrüttelnd und dass es so komplett wie quasi so alles rausreißt so was ja eigentlich irgendwie so ein schönes rausreißen ist die Franzosen nennt es ja Petit Morde also der kleine Tod ja und dass man quasi das im Moment wo man wo man quasi kommen würde dass man das einfach hochzieht reinzieht die Wirbelsäule quasi so hoch visualisiert das geht und das genau das steht im Buch exakt wie es geht wenn ich das jetzt hier erklären würde würde ich einfach sagen dass man die selben Muskeln die man auch zum Verschluss des Perineums also wenn man die letzten Urintropfen rausdrückt dass man diese Muskeln zusammenzieht dass man einfach man muss es ein paar mal üben also wenn ihr euch selbst berührt könntet ihr versuchen sehr nah an diesen Höhepunkt zu gehen und dann einfach damit spielt und irgendwann hat der Körper keinen Bock mehr das nochmal zu machen also irgendwann wird die Stimulation die nötige Stimulation wird extrem die nötig wäre wird zu extrem und ihr habt keinen Bock mehr und ihr lasst es da einfach abschlafen macht es ein paar mal und dann dann merkst du diese Schranken besser und dann merkst du auch dass es möglich ist das zu bewahren dieses Ding und viele die ich kenne sie masturbieren sehr viel oder sie praktizieren eben die körperliche Liebe mit Personen und jedes Mal lassen sie die Essenz rausfließen und nach den terroristischen Prinzipien ist das okay bis zum 25. Lebensjahr ist man quasi eine nicht versiegene Quelle von dieser Vitalisenz aber danach ist es schon schwierig und man sagt zwischen 25 bis 35 soll man eigentlich nur noch jedes zweite Mal das versprühen und ab 35 eigentlich nur noch jedes fünfte Mal und ab 55 nur noch eigentlich jedes fünftigste Mal also so steht es in dem Buch ungefähr so und es ist wirklich also ich kann sagen dass diese Essenz bewahren teilweise macht es natürlich einen total verrückt weil man sehr horny ist die erste Zeit aber dann letzten Endes diese Horniness kann man transformieren in andere Potenziale und ich merke es auch wenn ich mich sehr horny fühle dann fällt es mir leichter wütend zu werden komischerweise und es fällt mir dann leichter auch zu trainieren also teilweise dann kann es sein dass ich zum Beispiel an alte Sachen denke absichtlich die mich wütend gemacht haben als Teenager oder so und dass ich dann einfach meine 30 Push-Ups mache als wäre es überhaupt nichts weil ich krass was auf jeden Fall wissenschaftlich bewiesen ist dass bei Hochleistungssportlern wie Profifußballern oder Boxern oder auch Tennisspielern wenn die ein wichtiges Match haben dass es einen Unterschied macht ob die Freundin dann noch ins Mannschaftshotel darf die letzten Nächte und man dann wahrscheinlich auch Sex hat und sich da verausgabt oder man das über Jahre über Jahre sage ich jetzt über Tage halt ansammelt und dann wahrscheinlich auch dieses Adrenalin und der Push was sich ja dann halt ganz natürlich bei Männern dann auch anstaut halt in dem Fall dann für dieses eine sportliche Ereignis nutzt und das ist mittlerweile glaube ich gang und gäbe dass bei wichtigen Turnieren oder so nicht ohne Grund dann auch keine Spielerfrauen ins Hotel dürfen ich meine da steckt ganz klar war auch dieser Punkt dahinter genau also von Mohammed Ali ist bekannt dass er zwei Wochen vor einem Kampf nichts mehr an sich gemacht hat oder beziehungsweise niemand an sich herangelassen hat eben weil ich glaube es geht hier um Testosteron das ist das Adrenalin kommt ja quasi durch den durch den Spiegel von Testosteron ist leichter da reinzugehen auch Konzentration und ich meine auch von einem von den Zen-Meistern gehört zu haben dass eben die Flüssigkeit in der das Gehirn schwimmt dass diese Flüssigkeit ziemlich ähnlich ist zu der Flüssigkeit die auch die Spermien ernährt also im Gehirn selbst diese Ernährer diese Nährflüssigkeit und also ich weiß dass ich quasi wenn ich mit einem Mädchen zusammen bin und da geht einiges dann ich bin einfach viel viel platter als sonst und hochinteressant ist auch dass die Essenz die dabei verloren geht dass das quasi die Primordial Essence ist aus der man die anderen Energien quasi hoch destilliert und die dann letztlich auch dazu führen dass man diese ganzen besonderen Fähigkeiten entwickelt die auch die Schaolin-Mönche haben also die können ja Nadeln durch Glas werfen und irgendwie auf ihren Fingerspitzen balancieren und irgendwie nasse Laken trocknen auf dem Himalaya sitzend und diese ganzen krassen Schaolin-Tricks die für uns quasi die schon fast übermenschlich sind eben dass sie das quasi hoch destillieren und zwar aus ihrer männlichen Vitalisenz diese Yang-Energie also diese positive sich aber verbrennende verzehrende Energie krass und lebst du ja nach diesem Muster zwischen 25 und 35 so oft und danach dann nur jedes fünfte Mal und wenn du über 50 bist vielleicht nur noch jedes fünftigste Mal machst du das? ich muss natürlich zugeben dass gerade in diesen Zeiten wo wir sehr viel Angebot haben an pornografischen Schriften und so weiter das ist teilweise wenn gerade auch irgendwie so eine schwäche Phase ist ich hatte einen schlechten Tag oder irgendwie hat man wieder irgendwie so und man will sich einfach so ein Release geben ja dann kann es schon sein dass man schwach wird aber tendenziell bereut man es dann hinterher auch weil wenn man eben so bewusst ist und so so mit sich gearbeitet hat dass man merkt es voll es fehlt so es ist wie wie wenn du aus dem Baum ein Stückchen raushackst oder wenn du irgendwas wegnimmst aus dem Kuchen oder so du fühlst da ist irgendwas jetzt hat irgendwas Vitales meinen Körper verlassen ja das ist wirklich das heißt du hast es auf jeden Fall auch schon mal praktiziert als du mit dem Mädel zusammen im Bett warst und ihr dann Sex hattet und du hast es dann unterdrückt sind die Frauen dann nicht eher enttäuscht und denken dann so scheiße was passiert denn hier der Typ kommt nicht und erklärst denen dann erstmal das Buch oder was geht dann ab? ja es ist tatsächlich so dass man schon ab und zu auch mal das erwähnt irgendwie in der Konversation wenn irgendwie das Thema zu Sex wandert und so dass man eben sich mit tantrischen ja wie sagt man Techniken genau beschäftigt hat und ja es macht Lust auf mehr also es ist dann so dass man echt drei, vier Mal dann das macht und ich meine das Teil will ja dass es rausgeht und dann ist es umso motivierter das zweite und dritte Mal und ich meine das ist dann schön auch für die Frau die kann dann das alles mitnehmen und du hältst auch relativ lange durch und ich meine laut den Schriften wiederum ist es auch so dass man durch den Akt des Zurückziehens auch irgendwie so ein bisschen sich mit der mit der Yin-Energy der Frau dann verbindet und das ist halt super vitalisierend diese Technik wenn man das Buch liest Tower of Sex Longevity wurde entwickelt von einem Zen-Meister der eben seinen seinen Herrscher beraten sollte der eben ein Haaren hatte und jeden Tag mehrere Frauen befriedigen musste wie kann ich das machen ohne dass ich dass ich schnell alt werde und dann auch sterbe und schwach werde Immunsystem schwach und so weiter der hat gesagt ja du musst es so machen und außerdem dann wird auch dein Gang geschmeidiger dann wirst du besser singen können also so quasi die Vitalisenz die sich dann andere Wege sucht dann sich auszubreiten und umso attraktiver auch also eine feinere Haut eine strahlendere Augen und so und da muss man dann das der das der Frau klar machen dass das quasi gesund ist dann passt das ja krass aufs Buch werden wir auf jeden Fall in den Show Notes verlinken und kommen wir mal von einer der schönsten und geilsten Sachen der Welt zu einer schlimmsten und schädlichsten Sachen und zwar zu dem Konsum von Giften anderen Substanzen was Energiekiller sind und was dann auch zum kürzeren Leben führen kann was was ist der absolute Scheiß was sollte man meinen was soll man auf keinen Fall machen also wir hatten ja jetzt in den Medien auch die Diskussion über Red Bull und andere Energy Drinks dass quasi schon die Kids sich mit 13 den Scheiß reinziehen und das ist tatsächlich so dass das echt viel kaputt macht also natürlich wir alle trinken ab und zu Energy Drinks ich hab's vermieden zuletzt ich hab halt meinen mein Ingwer Drink aber das ist echt nicht gut für den Kaffee also es ist zerstört Sachen glaube ich und ich bin kein Wissenschaftler ich kann nur so von meiner eigenen Erfahrung berichten von dem was ich was ich fühle und was quasi meine die Leute denen ich follow denen ich folge dazu sagen aber es ist echt scheiße und ich weiß auch von meinem Ex-Chef der die ganze Zeit dieses Zeug gesoffen hat ey der sah echt scheiße aus Mann der hat auch Haare verloren und alles mögliche wahrscheinlich auch nicht so viel Potenz und was nicht alles und dann natürlich die ganzen anderen Sachen also ich hab auch etwas Erfahrung mit THC natürlich war früher Ruster und war relativ tief drin und das halt die ganze Zeit kiffen ist auch ein Energy Killer wenn man das nach langer Zeit den ersten zweiten Tag macht dann hat man noch so ein gedankliches Feuer dass man dann sich diese ganzen Ideen aufschreiben kann das ist vielleicht für den einen oder anderen ganz hilfreich nützlich aber tendenziell ist das echt krass also jetzt von der von der Hierarchie der Drogen her ist das was richtig für Energie wirken wird man so dull so dumpf so stumpf gleichgültig ne oh ja genau und dann gibt es eben noch worüber ich kurz sprechen wollte Kokain das war ja dein Verdacht dass ich mich möglicherweise mit solchen Sachen wach halte ich weiß nicht muss da ja sein aber das ist jetzt der polyphenisch Schlaf für jemand der schon in Kolumbien auch gelebt hat ist es so dass natürlich ich auch mit dem Thema mich auch beschäftigt habe zerstört zu viel vom Immunsystem selbst wenn das Zeug ziemlich frisch ist ja allein der Produktionsprozess von Kokain mit dem Kerosin und den anderen Lösungsmitteln ist es einfach nicht so gut für den Körper dann Amphetamine Ecstasy Ecstasy macht einfach sauverpeilt ja dann hat man zwar Energie für eine Nacht aber danach braucht man einfach mal 3-4 Tage bevor man einigermaßen sich wieder gut konzentrieren kann und Amphetamine dasselbe Problem wie Kokain einfach es ist eine Chemiekur für den Körper und wenn man das dann aber machen will wenn man Lust hat und mal irgendwie auf die Goa Party gehen will und sich dann nicht bequatschen lassen will aber kurz noch einen Kommentar vielleicht zu Alkohol ist eigentlich unnötig darüber jetzt lange zu reden Alkohol ist natürlich Zellzerstören eine Belastung für die Leber und würde langfristig auch das Energielevel senken kann man aber mal machen also ich bin jetzt auch nicht so der Mega-Mönch ja und wenn man mal auf der Goa Party ist und man weiß dass man Shrooms essen wird Shrooms auch hier wieder Gift für die Leber aus Castaneda hat sich ja umgebracht mit Mescalin und Peyote Kakteen und so der hat einfach seine Leber die hat irgendwann den Geist aufgegeben eben wegen diesen Schadstoffen Ja also ich glaube viel ja oder genau das Schädliche an den Drogen selber sind ja dann die Abbaustoffe was übrig bleibt ne also das kleine Krümel also ein bisschen was daran ist ist vielleicht ganz cool und kann ja Bewusstseins erweitern sein oder aufputschen oder einen wacher machen oder selbstbewusster oder kommunikationsfreudiger aber die Downsides sind halt sind halt mega scheiße Ja genau also es ist einfach so ein bisschen so wie wenn man irgendwie sich an die Fresse haut und man ist dann so ein bisschen beduselt und dann ist irgendwie so ah ich sehe jetzt die Sternchen und die gefallen mir eigentlich so aber langfristig ist es doch irgendwo etwas wo du deinem Körper Schaden zufügst und wenn man sich richtig flashen will dann wohnt es sich eigentlich diese innere Stille zu erlernen weil du gehst dann in die Ekstase du spürst dieses Pulsierende du spürst auch eine Wahnsinnspotenz auch ja du spürst dass du in luzide Träume rückst du kannst dann Dinge um dich herum steuern also diese Dinge die dein Brain dir gibt und Dinge freisetzen und ich meine die krassen Zenmeister reden auch von dem Wein des Lebens den die Speicheldrüsen irgendwann produzieren in deinem Mund also Geschichte also das kann man alles googeln vieles davon ist vielleicht auch zu esoterisch aber da steckt auch eine Wahrheit drin allein wieder richtig schmecken zu können was das für ein Genuss ist kurz zum Thema wenn man dann feiern will auf jeden Fall und man will sein Energielevel aber nicht schädigen weiterhin so viel Power haben ist es man einfach ein paar Tage vorher auf Fette verzichtet und der Leber quasi also die Leber soll so richtig aufgemotzt sein wenn dann die Schadstoffe kommen und dann sagt die Leber ah das kriege ich das kann ich absorbieren also ist eigentlich genau das Falsche es gibt ja glaube ich auch so ein Mist dass man sagt ich schaffe eine Grundlage ich muss jetzt richtig fettig essen damit ich viel vertrage beim Saufen später also ich glaube das ist eher der Killer so was ist vielleicht für die Verdauungsapparat ist das okay oder dass man das halt länger aushält weil die Fette kleiden dann so ein bisschen den Darm aus vermutlich ist es so dass das dann dazu führt dass es langsamer aufgenommen wird der Alkohol das ist nicht nur vermutlich so ist so aber die Leber muss mit diesem Fett arbeiten und das ist nicht gut was man lieber machen sollte ist dass man Fette abschaltet und dass man sieht dass man also die Kolumbianer machen das saugeschick die besaufen sich mit Rum und trinken mit dem Rum zusammen Wasser mit Eis und essen dazu gesalzene unreife Mango und dann saufen die echt die ganze Nacht und das ist so geil weil man einfach alles gleichzeitig managt Wasserhaushalt Elektrolythaushalt man hat diese faserige Mango also da sind sehr viele Ballaststoffe dabei der Alkohol geht in diese Fasern und gibt sich dann frei über die Nacht man ist richtig auf so einem beschwipsten Plateau halt 6-7 Stunden lang hat Power tanzt die Chicas lieben es und ja also man steht auf am nächsten Tag wie eine Eins also für mich war es echt geil da in Medellin auf diese Art und Weise eben Alkohol zu kombinieren ja ich glaube das ist ja auch weitläufig bekannt dass wenn man Alkohol trinkt und viel Alkohol trinkt das ist glaube ich die Dehydrierung die einen dann fertig macht am nächsten Tag dass man Kopfschmerzen kriegt also wenn man einfach zu wenig Wasser trinkt genau also wenn wir uns angucken die osmotischen Prozesse die eben im Körper stattfinden ist so dass der Alkohol ja das Wasser rauszieht ja und vor allen Dingen auch dadurch dass Alkohol eben ein Gift ist haben die Nieren und die die Leber haben ein Interesse daran dem Körper diese diese Gifte wieder zu ziehen und auszuschalten und es auch zu verstoffwechseln zum Beispiel wenn wir den Reibert lesen die deutsche Militärbibel steht drin dass Alkohol für kurze Zeit Energie geben kann und ich meine Alkohol ist Ethanol also ist auch ein Kraftstoff irgendwo der verbrannt werden kann in den Zellen und Alkohol kann auch Fett machen nämlich weil der Körper damit was anfangen kann der kann daraus Energie produzieren aber der Preis ist einfach zu hoch und dieser osmotische Prozess den einfach zu bewahren ja und auch natürlich für diese für diese Verstoffwechselung die da stattfindet eben genug Salze zuzuführen führt dazu dass man dass man es managen kann und dann halt den Genuss hat Okay cool bin ich hoffentlich gut vorbereitet für heute Abend unsere Abschlussparty oder mal irgendwelche Partys die noch kommen werden lass uns mal zum nächsten Thema gehen Gedankenbeherrschung und vielleicht nochmal so ein paar Tricks ganz tief aus deiner Kiste die die du uns hier teilen möchtest exklusiv mit den Live Hacks hier dran Ja sehr gerne genau das war der letzte Punkt über den ich sprechen wollte und zwar wollen wir nochmal kurz über diesen permanenten inneren Dialog sprechen den wir den wir einfach führen mit uns jeder Einzelne führt den mit sich der innere Dialog ernährt das Ego auch das Ego ist so ein bisschen auch eine Verblendung so eine Tönung man sieht die Dinge nicht mehr wie sie sind sondern man sieht Illusionen und wenn wir uns angucken wie der Körper Energie verwendet dann sehen wir dass da ganz viel im Brain quasi verbrannt wird also dieses ständige Elektronengewitter da im Kopf das saugt unheimlich viel Substanz aus der Energiegewinnung die stattfindet eigentlich in der dritten unteren Kammer also im Zen-Buddhismus reden wir über drei Kammern man hat die obere Kammer die eben Zeugnis nimmt also die Witnessing Witnessing Chamber dann hat man die fühlende Kammer das Herz-Chakra-Kammer und dann hat man die brennende Kammer die eben the driving force ist also die die antreibende Kammer und das ist auch bei weitem die größte und das ist halt da wo unsere unsere Dame sitzt und er zieht halt die ganze Zeit feiert er halt das innere Feuer nach oben ja und in der oberen wird es quasi verbraten bestimmt zu 60% oder so ja und wenn wir jetzt es schaffen diesen inneren Dialog einfach zu brechen eben mit verschiedenen Visualisierungen mit verschiedenen Übungen der Balance dann merken wir dass wir unglaublich viel mehr Kraft haben mit innerer Dialog meinst du jetzt Selbstzweifel oder halt dein eigener Krieg den den jeder so zu kämpfen hat und bin ich gut genug und ist der jetzt irgendwie sauer auf mich und scheiße da müsste ich noch was klären und müsste müsste könnte noch so viel mehr machen und mach es nicht und war das jetzt schlecht war das gut also so die inneren Stimmen ne genau also dieser negative innere Dialog den du hier beschreibst ist garantiert der destruktivste ja Angst Scham Schuld und Kummer die vier großen negativen Emotionen aber allerdings auch die praktische der praktische innere Dialog auch den hier meine ich also die Planungen für den nächsten Tag deshalb alles auf die Listen ja List Making ist so geil einfach alles dumpen einfach raus und hier auch nochmal der Tipp mit der Speech Recognition ja wenn der Text nicht fehlerfrei sein muss einfach mit Spracherkennung das Zeug einfach runter diktieren mit Dragon oder sonst einem Diktierprogramm und dann hast du es raus du musst dich nicht mehr damit beschäftigen irgendwas fällt dir vielleicht ein ey dann sprichst du es und du weißt es ist safe du kannst den nächsten Tag durchgehen wenn die Arbeit wieder anfängt und dich damit beschäftigen oder auch wenn man gerade frisch verliebt ist du kannst an nichts anderes denken als die Süße und dann einfach so ist es ganz wichtig im Zen-Buddhismus gibt es drei große Konzepte es gibt Non-Judgment Non-Resistance Non-Attachment und dann in dem Moment ist es einfach so this too will pass also auch das geht vorbei es ist in dem Fall quasi Euphorie also deseuphorisierend und das bringt einen dazu Abstand zu nehmen von diesem emotionalen Attachment was ja am Anfang auch ziemlich geil sein kann aber auch glaube ich gleichzeitig eine riesen Gefahr weil wer hoch fliegt der kann auch tief fallen also das Ganze ein bisschen realistischer zu betrachten einmal das andererseits verringert es deine Konzentrationskraft und das kann auch dazu führen dass du dann irgendwelche Fehler machst also du freust dich zum Beispiel darauf dass du morgen einen Nobelpreis bekommst oder dass du sprechen darfst vor deiner Branche und du weißt das wird dir so viele Kunden bringen und du fühlst dich so geil und deine Eltern sind so stolz auf dich aber es bringt dich nicht dazu Energie zu konservieren und zu generieren du musst dann einfach so praktisch sein wie die alten Zen-Meister und Yogis dass du diese Sachen nicht an dich rankommen lässt und vor allen Dingen auch Non-Judgment Non-Resistance du weißt nicht ob es gut ist das ist Non-Judgment die Geschichte von dem Farmer kennst du vielleicht? ne erzähl mal also der Farmer hat ein Pferd das Pferd läuft weg seine Nachbarn kommen ey dein Pferd ist weg Mann das tut uns voll und er so ist es Glück ist es Pech ich weiß es nicht das Pferd kommt zurück hat noch zwei weitere Wildpferde irgendwie dabei weil sehr attraktives Pferd keine Ahnung Nachbarn kommen wieder ey geil du hast jetzt drei Pferde du reicher Mann und er dann so ist es Glück ich weiß es nicht dann sein Sohn versucht das wildeste Pferd zuzureiten bricht sich den Arm dann die Nachbarn und so weiter und so weiter dann bricht den Krieg aus und alle werden eingezogen außer der Sohn mit dem gerochenen Arm also diese Wechsel des Lebens und dieses diese karmischen Verstrickungen die Bewegungen des Taos sind so schwer einzuschätzen für uns Menschen und vor allen Dingen auch quasi naja diesen Fluss muss man spüren und wenn man wenn man den Fluss beurteilt die ganze Zeit das ist scheiße deshalb einfach Non-Attachment einen Schritt zurück wir werden alle sterben wir werden zurückgehen alles ist so wie es ist alles ist determiniert auch genau das wollte ich noch sagen also ich glaube sehr an den Determinismus dass niemand von uns wirklich viel Freiheit hat das alles dazu führt eben so wie es sein muss in diesem Moment und dass wir bis zur nächsten großen Kontraktionen des Universums also das Universum fällt ja irgendwann mal zusammen und dann wird es wieder explodieren dass wir quasi bis dahin quasi vor vorgefestigt sind ja und deshalb fasziniert mich relativ wenig was passiert und dieses was einen quasi so raus und runter schlägt hoch und runter schlägt das versuche ich eben zu absolvieren das gelingt mir manchmal manchmal nicht ich bin halt auch nur ein Mensch aber es ist auf jeden Fall energiekonservierend und gibt es dazu bestimmte Tricks oder Visualisierungen die man dann anwenden kann wenn genau dieses dieses Kopfkino losgeht und die Gedanken verrückt spinnen genau also hier wieder der Verweis an The Return of the Urban Warrior von Barefoot Doctor ich weiß nicht ich habe noch gar nicht erwähnt dieses Buch gell ok das ist auch brillantes Buch und ja da sind quasi zum Beispiel dass man mit seiner Wahrnehmung mit seiner Aufmerksamkeit einfach in seine obere Kammer geht ja und einfach so also wie so ein Querschnitt von seinem Kopf und da in die Mitte reingeht und dann einfach sagt this too will pass ja und wenn dann die Gedanken aufsteigen dass man die Gedanken visualisiert wie Luftbalance aber es regnet Kleber zum Beispiel und der Kleber drückt die Luftbalance wieder runter oder man ist in einem Boot und das Boot leckt und was man dann macht ist dass man das Boot mit Pech auskleidet und man kann es nicht mehr lecken also dieses Leck ist quasi die Gedanken die reinkommen oder dass man die Gedanken visualisiert als Maus die aus dem Loch raus wollen aber vor dem Loch sitzt eine Katze und die Gedanken müssen dann immer schnell wieder zurück oder eben dieses Aufsteigen und dann wenn man richtig geil ist wenn man richtig gut ist dann kann man fühlen woher die Gedanken kommen nämlich aus der Mitte des Hinterkopfes dort wo quasi der letzte Wirbel in den Kopf verschwindet von dort nach den nach den Zähnen leeren steigen die Gedanken auf und dann kann man richtig sehen wie es so ein nicht endender Schwall ist wenn man diesen Schwall spürt und fühlt und vielleicht sogar sieht dann kann man man sieht dann quasi die Atome bevor sie sich verbinden zu Molekülen und die Moleküle bevor sie sich verbinden zu komplexeren Gebilden und dann kann man seine Gedanken zwingen dazu sich nicht mehr zu verbinden und das ist einfach nur fantastisch du zerspaltest quasi die die Objekte bevor sie sich verbinden und dann schläfst du ein oder du gehst in Ekstase oder sonst irgendwas Geiles passiert krass du hast jetzt über die Visualisierungstechniken gesprochen was man machen kann wenn der innere Dialog wieder verrückt spielt und wie man seine Gedanken im Griff kriegen kann gibt es noch andere Techniken die man machen kann on the go wenn man gerade irgendwo im Alltag unterwegs ist oder so wo man dann im Straßenverkehr vielleicht nicht so die Zeit hat dann so krass zu visualisieren also eine Sache die ich vorhin noch vergaß zu erwähnen bezüglich auch Retention war dass man wenn man einfach Arschmuskeln und dieses Perineum Muskulatur also diese Schließmuskelmuskulatur zusammenzieht und man ist müde dann merkt man krassen Energieschub so und was man machen kann ist eben so eine Atmung ein bisschen die Banda Atmung die Banders eben einfach komplett ausatmen und dann so die letzte die letzte Luft noch raus und dann die drei Wege Atmung also zuerst Zwerchfell Prost und dann zuletzt Schlüsselbein nach oben ziehen einfach komplett einfach mal den Körper fluten mit Luft dann das ist vielleicht nicht so für on the go aber es ist auch geil quasi vor allem wenn man schwer gegessen hat so eine Art also die richtig geilen Yogis machen das auch per Atmung Muskeln so eine Art Bauchmassage und was man machen kann wenn man noch nicht so geil ist dass man das mit dem mit dem Bauch also meine Yogalehrerin in Sao Paulo war so geil die hat sich dann so vorgebeugt und dann hat sie irgendwie so sie konnte irgendwie ich weiß es nicht genau wie aber ihre ihre Bauchmuskulatur von links nach rechts drücken das sah so absurd das sah aus als ob ein Alien ihren Bauch lebt oder so und dann dann manchmal muss man auch putzen oder rülpzen oder so auf jeden Fall gehen dann Unreinheiten aus dem Körper raus nach außen über oben oder über unten und es macht auch zum Beispiel wenn man jetzt Durchfall hat wenn man irgendwelche Probleme da hat macht es dass es weg geht weil es verbrennt dann einfach raus weil die Verbrennung wird einfach krasser weil eigentlich der Mensch hat im Körper wenn er das innere Feuer richtig managt die Macht alles mögliche rauszubrennen und beim Thema Krias also das sind diese Reinigungsrituale ist Thema Nasendusche und Thema so auch bestimmte Augen Reinigungstechniken einfach nochmal Unreinheiten entfernen ist effektiv und was man zuletzt noch sagen könnte drei vier Übungen die man an der Bushaltestelle grundsätzlich machen kann die die einfach die Nadis also Nadis sind die großen Energiekanäle im Körper dass man die einfach frei kickt kurz durch bestimmte Dehnungsübungen weil was bei der Dehnung passiert ihr müsst mal versuchen zum Beispiel ein Gummiband so ein fettes Gummiband irgendwie mit irgendwas zu beschichten was dann trocknet und dann dieses Gummiband zu dehnen und dann werdet ihr sehen dass die Schale aufbricht natürlich und wenn ihr das Gummiband dann wieder zusammen ziehen lässt seht ihr wie diese Sachen einfach abblättern und nichts anderes passiert mit den großen Sehnen Energie- und Muskelkanälen also Muskelfasern Strängen des Körpers wenn ihr euch dehnt das ist einerseits das nach oben strecken also macht die Hände so wie eine Pistole streckt sich nach oben dann nach links und nach rechts und ich kann auch mal vielleicht ein paar Links dann einfach in die Transcription werfen das ist die erste ist geil dann die zweite ist dass man einfach irgendwas festhält und sich dann so dreht in die eine und die andere Richtung das zieht den ganzen horizontalen Armkanal Schulter und Brust raus dann komplett den Fuß ablegen auf ein höheres Objekt und dann nach unten also komplett die Beine durchdehnen und dann den Kopf nach links und nach rechts durchstrecken und dann was man machen kann ist dass man nochmal den den Rücken quasi nach vorne also dass man sich die Zehen anfasst und dann zurück Hohlkreuz und da zeige ich dann wie man es mit dem Geländer machen kann also man schnappt sich ein Geländer oder es kann auch ein Müllamer sein oder so ein Bordstein Pfeiler oder so kann man perfekt nutzen um den Körper nach vorne zu nehmen und dann knackt es schon überall also man muss natürlich ein bisschen aufpassen aber danach einfach dann nochmal schnell atmen dann vielleicht noch so ein bisschen diese Bauchgeschichte und ein paar Erdnüsse eingeschmissen und dann ist man richtig Power wieder am Start ja Wahnsinn ich glaube das war so eine krasse Wissensbombe wie schon lange nicht mehr auf Lifehacks in der knappen Stunde bis jetzt ich frage mich woher hast du das ganze Wissen oder wie bist du überhaupt in dieses Thema eingestiegen gab es da einen Trigger und wie lange braucht man bis man da so tief drin ist wie du also ich hatte Vorteil oder Nachteil je nachdem dass meine Eltern gesundheitliche Probleme hatten und auch teilweise mentale Probleme wenn man das so sagen kann und ich quasi selbst auch immer sehr kränklich war weil ich eben keine Ahnung hatte das hat zu verschiedenen negativen Konsequenzen in meinem Leben geführt ich hatte zum Beispiel im letzten Jahr auch ein Bandscheiben Problem weil ich eben auch viel im Liegen gearbeitet habe als Ghostwriter ich hatte Zeit meines Lebens wenig Energie ich habe viel Computer gespielt und ich habe mich aber immer schon gerne mit fanöstlichen Geschichten beschäftigt und dann im letzten Jahr als dieser GAU war habe ich mich an alle Sachen wieder erinnert die mir gesagt wurden hatte dann die Disziplin auch Übungen zu machen jeden Tag Planking jeden Tag Bodyweight Training und Yoga eben und so bin jetzt auch wieder auf dem Damm was total geil ist kann man sich nicht vorstellen wie es ist wir sind jetzt hier im Monat 14 nachdem ich quasi gemerkt habe dass es nicht mehr geht nach vier Hexenschüsse in meinem Leben hat der letzte dann mir den S gegeben und ich merke jetzt wieder also ich kann stundenlang stehen und gehen das war vorher nicht so letztes Jahr war ich mies und ja ich habe glaube ich mit 17, 18 habe ich mich sehr viel mit Natur Schamanismus dann kamen die Sachen mit Taoismus erst als ich 23, 24 war dann in Chicago hatte ich einen Burnout ich habe sehr schlecht gegessen hatte dann Migräne sehr starke Migräne und hattest du da schon das Wissen über die falsche Ernährung und warst trotzdem aus irgendwelchen Gründen schwächer als im Geist als du es heute bist oder wusstest du es einfach nicht besser ich hatte das Wissen aber ich habe mir gedacht ach komm dieses ach komm einfach weil es ist einfach angenehm sich dieses Beef Jerky rein zu plallen und die Schokoprezeln und diese süßen Joghurts und einfach mal die Tiefkühlpizza zu pimpen mit irgendwie also es ist einfach angenehm convenient oder es scheint zumindest so aber der Preis ist doch recht heiß und ich habe von Geburt an Gesundheitsprobleme auch also ich hatte unausgebildete Sehnen als ich als ich ein Baby war als ich zur Welt kam man konnte meine Füße an die Schienbeiden klatschen da war kein Bindegewebe oder so ich habe Allergien ich hatte immer sehr dunkle Augenringe auch scheinbar sind meine Nieren nicht so gut ausgebildet so hat es zumindest einmal so ein TCM Typ gesagt ich hatte Herzrhythmusprobleme als Kind die ich auch heute teilweise noch habe also ich bin nicht der fitteste einfach genetisch bedingt und ja letztes Jahr mit 27 als ich da 27 war dann hat es schließlich rausgehauen und ich musste was tun wir haben so besser sonst erzählst das ganze Wissen nicht was du mit unseren Hörern geteilt hast und ja wie gesagt nochmal also eine der spannendsten Folgen bis jetzt und am Anfang denkt man so okay das ist mir alles ein bisschen zu esoterisch was da beim Joe rauskommt und jeder hat mal irgendwo mal was aufgeschnappt und ich bin von Natur aus auch immer relativ skeptisch neuen Sachen gegenüber oder Menschen die dann behaupten irgendwas anders oder besser zu wissen aber je tiefer man dann eintaucht und je mehr man sich auch mit dir unterhält merkt man so wow da ist echt auch krass Knowledge hinter und ja also danke nochmal dass du die Zeit gefunden hast wo kann man mehr über dich erfahren beziehungsweise verschriftlichst du auch dein ganzes Wissen was du zu diesen Gebieten hast oder ist das jetzt einfach nur so ein Baustein in deinem Leben dass du sagst das hilft mir auf anderen Ebenen zu besserer Leistung aber ich mache mit anderen Sachen Kohle ja also ich habe ja lange Zeit als Businessplan Ghostwriter gearbeitet und brainhive.de ist bis heute eine meiner wichtigsten Quellen als digitaler Nomade Einkommen zu generieren brainhiveethicalmarketing.com das gibt es seit drei Jahren und wird auch immer wichtiger und vor allem macht mir mehr Spaß es ist so dass ich jetzt auf saltrain.com die ganzen Bücher publiziere sehr viele Textwerke Gedichte und da in dem Blog werde ich auch dieses Wissen einbinden aber tatsächlich habe ich lange Jahre leider nicht das gemacht was mir Spaß macht oder was der Welt am meisten Nutzen bringt sondern das was sich am leichtesten monetarisieren lässt bin aber in dem Prozess Gott sei Dank jetzt die Richtung zu wählen die mich hoffentlich dazu bringt dass ich Leidenschaft und Gelderwerb optimal Ja richtig cool weil das ist ehrlich gesagt auch so eine Sache die mir so ein bisschen aufgefallen ist waren jetzt nur zehn Tage auf dem Camp die aber sehr intensiv waren und ich glaube wir haben alle voneinander mega viel gelernt und als du hier angekommen bist war halt dein Business mehr Mittel zum Zweck um Geld zu machen und Geld muss man halt haben um seine anderen Sachen machen zu können und ich glaube da warst du noch nicht so weit wie du jetzt heute bist wo du sagst so ey man kann ja eigentlich auch die coolen Sachen die einem Spaß machen wofür man Leidenschaft hat was vielleicht aber dann auch ein bisschen länger dauert bis das mal abhebt dafür aber weniger nervraumend ist oder sich dann nicht so sehr nach Arbeit anfühlt dass man auch dadurch dann langfristig Geld generieren kann also genau deine Stärken dann irgendwie zu Kohle zu machen also das habe ich persönlich schon so gemerkt über die Mastermind rüber und auch das was du jetzt gerade gesagt hast passt total gut dazu deshalb bin ich echt happy dass das da vielleicht auch ein kleiner Mindchange oder Mindswitch innerhalb des Camps bei dir stattgefunden hat ja definitiv also wo ich auch mich mit Romana unterhalten habe eben und sie dann uns entführt hat und das was wir als Kind gerne gemacht haben und dass das ja vielleicht das ist was wir jetzt auch mehr machen könnten ist es so dass ich halt dass ich recht desillusioniert manchmal bin und dass für mich die Realität sehr entzaubert ist weil ich viel auch mit Kunden zu tun habe die mich echt als Tool benutzen auch und es geht viel natürlich so ich bin froh dass ich das habe Gott sei Dank bin ich nicht im Office ich habe auch echt blöde Corporate Jobs teilweise gehabt und ich denke dass ich mit der Leverage die ich jetzt hier bekommen habe in Form von Know-How und Kontakten dass ich wohl auf sechs Monate tatsächlich einiges wuppen werde was mich zum glücklicheren noch produktiveren und vor allen Dingen ja auch von der Ressourcenbasis her potenteren Menschen macht cool wir sind gespannt wir bleiben nah dran deine ganzen Projekte verlinken wir in den Show Notes vielen Dank Joe und wir hören uns bald wieder danke Markus yeah Leute das war auch schon Folge 25 der Live Hacks Show richtig krass wenn man denkt dass wir jetzt vor ein paar Wochen on Air gegangen sind und jetzt schon 25 Folgen live haben es fühlt sich an als ob das ganze Ding erst gestern gestartet ist auf der anderen Seite fühlt sich aber auch schon so an als ob es das schon immer gibt mir macht es auf jeden Fall richtig viel Spaß und wenn ihr sagt für euch ist es auch cool ihr könnt Mehrwert daraus ziehen und die Folgen die bringen euch was der Content ist kostenlos würde ich mich freuen wenn ihr euch erkenntlich zeigt und unsere Charity Aktion unter www.livehacks.de slash Charity unterstützt ansonsten alles weitere zu dieser Folge mit Joe Gerbert unter www.livehacks.de slash 025 das ist die Folgen Nummer dort finden wir auch alle Shownotes und Links zum krassen krassen spannenden Typ Joe ansonsten viel Spaß bei allem was ihr jetzt noch macht und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020